Wie wird Leute? Letztes Mal gab es Schätzen und Schläge und diesmal gibt es Higher or Lower und Schläge. Viel Spaß beim Video. Wie verflügt wer anfängt? Okay, komm. Der Gewinner darf entscheiden, wer anfängt. Wie verflügt. Okay, ich fang an. Wie viel kassert mehr Abonnenten? Sicher. Safe call. 100 Prozent. Paola Maria. Weniger. Weniger. Ich seh jetzt schon, ich werd voll verkacken. Ich kenn die nicht mal. Ich kenn den Namen, aber ich hab auch keinen. Die Lochis. Ey, Step. Mehr oder weniger? Das ist echt knapp. Also ich sag einfach mal, das sind einfach so viele kleine Mädchen, die denen folgen. Die haben mehr. Die haben mehr? Sicher? Nicht sicher, aber die haben mehr. Ja. Joyce. Noch nie davon gehört, aber mehr oder weniger? Weniger. Weniger? Joyce, ich hab auch noch ein bisschen. Ähm, X Latte oder so. Half-Step-Wall. X Leta, oder? La E-Test. Ich kenn beide nicht. Joyce und X Leta kenn ich nicht. Ich kenn auch beide nicht. Was hast du gesagt, Joyce ist Comedy? Fertig, Digga, danke dafür. X Leta macht eher wahrscheinlich nicht so, wie sie ausschaut. Ich sag einfach mal, die hat, ähm, mehr. Mach mal mehr. Mehr? Ja, mach mal mehr. Oh, shit. Hey, Aaron. Mehr oder mehr? Ja. Man, der hat immer so leicht, Digga. Du musst zwei. Was möchtest du als Punishment? Wir haben einmal den Gürtel und einmal den Bassverschläger. Ja, sucht euch jetzt aus. Ah! 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 Tee! Alex, Rache kommt. Auf geht's. Calvin und Marvin. Ah, Slty for Bluebeard. Oder Flying Uwe. Ja, mach mal erstmal. Slty for Bluebeard. Willst du anfangen? Ja. Er hat weniger. Er hat weniger als Calvin? Ja! Was? Ich kann mich nicht aus. Ich erfahr nicht. Ich kenn ihn nicht. Hat Logo. Er hat weniger. Ich kenn ihn nicht. Weniger? Ich kann keinen deutschen YouTuber machen. Damn. Hat er mehr? Alicia Marie oder Logo? Ich kenn ihn nicht. Weniger weniger. Wick. Ich kenn ihn nicht. Du kennst nicht Wick? Du kennst Wick nicht. Er hat mehr. Das war einfach ein fetter Tipp. Ja. Wenn die beiden... Boah, das war echt fucking krass. Wie spielt der? Minecraft? Minecraft Urgestein. Merde. Boah, was sag ich? Er ist Minecraft-Spieler. Er ist safe für diese ganzen Kitties, oder? Boah, ich weiß nicht. Ja, mach mal ja. Sicher? Ja. Möchtest du dich vielleicht noch unentscheiden? Okay, naja. Let's go. Boah. Boah. Boah, haben die die zwei gekackt safe nicht, oder? Was haben die? Zwei Millionen gekackt? Ich mach weniger. Aber die sind schon so lange dabei. Nein. Nein, weniger, weniger, weniger. Sicher? Weniger, ja. Letzte Entscheidung? Okay. Yes. Oh mein Gott, wie fucking knapp war das? Er war auf HD. Oh mein Gott. 1,8. Das ist schon heftig, eine große Zahl. Für deutsche YouTuber. Glaubst du, er hat die überschritten, oder? Ich glaube, er hat weniger. Sicher? Ja. Boah, wieso kriege ich so knappe, Digga? Boah, ungespielt hat mehr, oder? Mega. Ich weiß es nicht. Ja, er hat mehr. Er hat sogar seinen Abonnenten-Account ausgemacht. Man weiß nicht, wie viele Abos er hat. Ah, wild. Aber er hat mehr. Tschüüüü. Alexi, Beksi, kann ich nicht. Oh, warte. Technik-Videos. Welche Videos? Technik-Videos. Technik? Das ist einfach Alex. Zweitkanal. Weniger? Oh, aber trotzdem nicht schlecht. Mrs. Bella hat doch mehr, oder? Das ist doch die, die immer bei Inscope zu Videos dabei war. Ah, okay. Boah, ich weiß es. Ne, doch, mach mehr, mach mehr. Es wird so falsch. Nein, doch, doch, ich stehe dazu. Mach mehr. Sicher? Ja. Ja. Okay, ich hab's geblieben. Ah! Ich war neun, Jungs. Ihr wart's nicht schlecht, Alter. Ich nehm den Baseballschläger. Ah! Was? 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 Was ist das denn? Das ist der nächste Haus, oder? Hey, Sweet! Hast du schon geliked, Digga? Und du auch? Bitte bürst mein A hier. Ich brauche mich. Ich brauche das. Das ist zu nervig als dein Gürtel. Das sind jetzt Filme. Weißgriff. Terminator 2. Flie, flie, flie. Flie, flie. Flie. Was ist das über Weißgriff? Es geht um Leute, die Farbe entstehen. Danke, Mann. Ich beginne. Äh, Haya. Haya. Ich denke schon. Es muss schon mehr gehen. Oh, es ist fucking gut. Into the Wild. Das klingt so wie ein Deeper Psycho-Film. Also sag ich mehr. Ja. Deeper Psycho-Film. Mehr als Terminator 2. Ja, das ist so ein Film, den schauen wir die ganze Zeit. Warum, wenn sie alleine sind. Mach irgendwas richtig dummes. Call of Movies. Boah, da ist mein Hund. Flie, 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 flie. Flie, flie. Äh, ich fang an. Mehr. 100% mehr. Inception mehr als... Ja, 100% mehr. Bro, ich hab von Corona nie gehört. Bro, Inception, manche sagen im Film was willst, ja. 1917 hab ich gesehen. Hat jemand den Film gesehen? Nee. Es geht um einen Typen, der die ganze Zeit im Film läuft. Äh, Kriegszeit. Seine Mission. Oh, Kriegszeit. Ah, Bro, ich hab den Trailer davon gesehen, aber ihr habt ihn mir nie angeguckt. Der Film ist gut gemacht. Kriegszeit, also viele Explosionen und so. Kann sein. Ja, mehr. Mehr als Inception. Boah, Inception, Bruder. Mehr als Inception. Was willst du? Baseball, Bruder. Äh, Flü, Flü. Phantom of Salus? Was ist Salus, Digga? Was ist das? Der ist mehr als Inception, Digga. Boah, aber Titanic ist auch schon keine kleine Bruder. Ja, Flü. Was sagst du? Er oder du fängst an? Er fängt an. Okay, Herr Sui, Herr Famm, was sagen sie? Boah, Titanic ist halt schon ein fetter Film. Vier Stunden. Von dem hab ich noch nie gehört. Vier Stunden lang. Und, äh, gute Schauspieler. I'm just saying. Wer ist da überhaupt auf dem Bild, Digga, irgendeine Frau? Oh, ne Frau und ein Mann und ne Kopf. Aber, Bro, wenn er so viel Geld kostet... Aber, warte, das ist von James Bond. Also, ich glaube schon, weil da eine 7 ist mit einer Pistole. Bitch, where? Ich sag weniger. Weniger? Weniger. Boah, schweig. Die haben auch Sachen im Pool gefehlt. Ich glaube, das ist nicht so fair. Boah! Ja, ich schreieein! 2001. Glaubst du, das war teuer damals so, mit Computer und so rum zu... Okay, ich sag glaube, ich sag glaube. Ich glaube nicht, dass es 200 Millionen war. Ja, ich glaube auch nicht. Ja. Ja, ja, ja. Der winzende Mann. Oh, 2020. Habt ihr eine Idee? Ich glaube aber mehr. Sechst mehr? Mehr? Das spielen drei Leute mit. Ja, Digga! Ja, Digga! Ja, Digga! Was willst du? Ja, Daisy. Du hast gesagt, das letzte Mal war okay. Dann mach ich ungefähr dasselbe. Ah! 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 Aua! Ich mach mein erstes Mal, deswegen sorry. Ich werde mich sehr besser. Ich werde mich sehr viel derrière. Das war Puh! Auf! 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 Auf!